Welche Antriebsarten gibt es für Balkenmäher? Für einen Balkenmäher, der im Vergleich zum Rasenmäher eher in unwegsamem Gelände oder bei hohem Gras und dünnem Gehölz zum Einsatz kommt, kann durch unterschiedliche Antriebsarten verwendet werden. Welche Typen und Antriebe gibt es? Die Möglichkeiten der Antriebe bei Mähmaschinen reichen von maschineller Kraft bis hin zu Zugtieren. Mähmaschine im Balkenmäher vom Typ Mähmaschine wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden und wurden lange Zeit durch den Einsatz von Zug- bzw. Arbeitstieren gezogen. Bei einem sogenannten Bodenantrieb wird die landwirtschaftliche Maschine mithilfe der Verbindung zwischen den Rädern und der Achse hin zum Getriebe und dann weiter zur Gerätschaft angetrieben. Der Antrieb kann dabei durch Zugtiere wie Pferde oder Traktoren erfolgen. Für weitere Informationen sehen Sie doch einmal auf www.balkenmäher.org oder klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.